Ja was geht ab liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von For Online liebe Leute, so es geht weiter für uns Komm her, big ass, komm mal da Geht doch So So was ist, wo sind die anderen Gegner denn jetzt Ja ich habe einen Levelaufstieg immerhin So ich bin gerade hier mit 3 Bots unterwegs, 2 gegen 3 Oh man you piece of shit Shit Nein Hoffentlich ist die Kay ein bisschen intelligenter und hilft mir Ja gut, die erste Runde ging auch daneben Runde 2 Scheiße Alter, was ist hier los Komm her What the fuck Nice, so Wenig bis kaum Energie verloren So, jetzt helfe ich meinem Team mal So So, der ist tot Wo sind die anderen denn, ich habe keine Ahnung Hä Hä Ich muss mal wissen wo Oh Oh Na aber Jungs Geht doch Geht doch Geht doch Jesus Fuck, ich muss erstmal ein bisschen hier reinkommen Runde 3 Geht doch Ich weiß nicht, zumindest mal eins eins Komm her, der piece of shit So, Levelaufstieg Oh shit 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 Irgendwie hier drin in dieser Kathedrale Soll ich das hier richtig sagen Wo? Hast du ihn wiederbelebt? Wieso kann ich ihn nicht wiederbeleben? Ich kann ihn nicht wiederbeleben Ich kann ihn nicht wiederbeleben Wtf Wtf So Shit 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 Ab dir das Shit 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 Zurück 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 Ich habe keinen Stem Ich kann ja Nice 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 Finish this motherfucker Wtf Hinter mir Hinter mir Hinter mir Ich hab Ich hab das nicht mehr gesehen Nein Wir wurden verloren Wtf Stemnia 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 So und jetzt von Tal Wtf Fuck, fuck, fuck Shit Das geht nicht immer so, wie ich mir das gerne vorstelle What the fuck Achso, ich bin wiederbelebt Achso, hab ich gar nicht jetzt realisiert So Leute, wo muss ich hin Achso, warte mal kurz Wo ist denn hier ein Gegner Ich muss mal die Gegner suchen, das ist mega nervig Schaut, dass ich mir jetzt sagen, wo ich hin muss Nein, 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 nein Ey, wo muss ich denn hin Ja, what the fuck Leute, ich wusste gerade Gar nichts, ich weiß nicht, wo die Gegner mal sind So Ich muss ihn direkt töten Komm her, komm her Und zack How do you let me know, bitch Guess what, you're dead Ähm, wo die Hier Getsch JuhN JuhN Äh? Hebt immer wieder vom Boden auf. Irgendwas ist hier los. Ich habe die Runde nicht gewonnen. So, das war relativ nice eigentlich. Mit dem guten Orchi. So, ich glaube, eine Sache haben wir dann noch offen. So. So, dann will ich im Prinzip noch eine Sache gegen die KI machen. Herrschaft, Duell, Handgabe. Was ist Team Deathmatch gewesen? Ah, das war 4 gegen 4. Ich will mal kurz schauen, wie ich mich gegen die KI schlage. 1 gegen 1 Duell. Dann können wir so ein Mädchen loslegen. Mit der ganzen anderen Geschichte. Ich würde sagen, wir bleiben... Ich bin noch nicht genug. Ah, okay. Mal schon, habe ich die KI auch im 1 gegen 1 besiegen können. Da haben wir, glaube ich, alles mehr oder weniger durch, ne? Ich muss sagen, auf jeden Fall, das ist eine Bilder, die mir Spaß macht, muss ich zugeben. Vor allem ist auf jeden Fall ein Game, was das kann. Nur weil ich am Ende des Tages noch nicht ganz auf welcher Konsol ich das hocken werde. Damen und Herren. ZACK! Shit, shit, shit Sauber So ein bisschen träge muss sein, Leute Da haben wir, glaube ich, wirklich alles durch, oder? Gab es nicht nochmal 2 gegen 2 gegen die KI? Habe ich eine Bitch Shit Shit What the fuck Ah, crap Ah, shit Ich habe irgendwie das Gefühl, ich wusste genau, was ich vorhabe Come on, you son of a bitch, we don't fight over there Come on What the fuck Get the fuck off me Runde 4 So, jetzt machen wir das ganze hier zu Ende Come on, you son of a bitch, come, come, come Perfekt Come on, move your, äh, fight erst Sauber Das ging ja relativ fix So, nachdem wir das haben Hm Witzig, dass wir was anderes tun Halbherrschaft schon, ja, ne Team Deathmatch Boah, sollen wir uns schon wirklich wagen, Leute Find ich was? Ja, wir finden was, sehr gut So, wollen wir schauen, wie ich mich gegen jetzt die Menschliche Intelligenz schlage I'm fucking ready I'm fucking ready Ihr werdet garantiert zu hart auf Small bekommen, Leute Das ist nun irgendwie bei, ich kann schon irgendwie sehen Ihr werdet so hart auf die Schnauz bekommen Okay Lass uns loslegen, Leute Wtf 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 Nice Hehehe Nice Grunde 1 gewonnen Grunde 2 Komm her Bitch Ich kann mit dir nicht da drüben Oh nice move Aber mein move ist besser als deiner Ey wo ist der Rest alter Ey ich weiß jetzt wieder nicht wo Da vorne irgendwo Nice Ich wage es zu glauben Wo 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 Ah guck wo wir die haben Bist du bereit für das hier Shit 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 Ich kriege raus aufs Hehehe Hihahaha Shit Shit Fuck's going on Äh da komm ich gar nicht jetzt durch Ich Komm du wieder hoch Komm 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 Lauf 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 Shit Das Revenge hat Revenge Das Revenge Hepping effect Fuck Ich bin wieder da Ich bin wieder da Also Mercedes